Hallo meine Freunde der Dungeon-Vorschung, heute gehen wir hier rein in Meduja Craft. Und irgendwie leckt Methos bei mir und ihr Hammer nicht. Das letzte Mal haben wir ja den Dungeon gefunden. Ja. Und wir wollen da jetzt rein. Wir gehen erstmal nach oben, ja? Ja. Der Ofen ist dran. Ist blöd, ist blöd. Bücher ist hier. Warte. Ich will auch da oben fahren. Und eine Axt. Mit Effizienz. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Nimm hier mal, wer die Bücher hat, hier bitte auch mit. Ich geh'n gerne mal. Oh, hier ist dunkel. Oh, das geht aber nicht. Ja, da brauchst du äh fucken. Methos, geh mal mit dem Keller, der ist nämlich unglaublich tief. Warte mal, warte mal. Ich will mal gerade so ein bisschen bei mir umräumen. Ich komm' gleich, ich komm' gleich da zu euch. Warte mal, das machen wir so. Der erste... Hat ja Platz, ne? So. 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 Der erste Stock müsste noch halbwegs gehen. Das machen wir auch da rein. Ah, das ist nur ein Creeper bisher. Den ich gesehen hab. Warte, 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 warte. So. Oh, das geht aber sehr gut. Methos kommen Kerner hier unten. Ich bin unterwegs. Okay, da sind noch keine Spawner auf der ersten Ebene. Ich bin unterwegs. Los. Vergehe heil, Fledermaus. Da unten wird's dann eher spaßig. Ah, okay. Die Fledermaus, die fledert nicht mehr. Oh, 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 oh. Ich hab' den Spawner eingesammelt. Und das ohne Silk Touch? Warte mal, was ist hier drin? Hat sich das geändert? Schutz 1. Nein, das ist ne Mod. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das brauchen wir, wo es ist. Okay. Das nehmen wir auch mit. Verzaubertes Buch Schärfe 1. Das ist doch auch schön. Nehmen wir auch mit. Ja. Was sind denn das für Samen? Kartoffelhauen genug. Oh, da kommt ein Zombie. Ich lass' euch mal den Zombie. Wir müssen die Schmiede finden. Oh, Methos, hier ist ein Hebel. Willst du den Hebel drücken oder erst gucken, was für ein System dahinter steckt? So viel System ist da, glaub' ich, gar nicht. Einfach rein. Sondern, hier, Lampe. Es ist Lampe. Ja. Schön. Los! Stirb, Skelett! Es ist wirklich nur Lampe? Ja. Es ist wirklich nur Lampe. Es ist wirklich nur Lampe. Ich mach' jetzt hier mal ein bisschen Licht. Warte mal. Natürlich ist da auch noch ne Höhle daneben. So, das Skelett haben wir erledigt. Ich muss mal wirklich mein Schild oder sowas craften. Das nehmen wir mit. Noch nehmen wir auch mit. Fisch nehmen wir auch mit. Ja, es gibt ja jetzt auch Schilder. Wär wahrscheinlich ziemlich hilfreich. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das trinkt. Wahrscheinlich Heiltrank oder sowas. Ja, ich nehm's mal mit. Ich auch. Kommt ihr? Ja? Äh, ich wollte nur schnell schauen, wie ein Schild geht. Nach links. Hier, links. Schild? Das ist ein Eisen. Ich hab' natürlich kein Eisen. Ja, aber darf ich kommen? Ja, sofort. Sagt Bescheid, wenn ihr die Schmiede hier findet. Ja, man stand hier gerade bei mir in der Luft. Mensch, darf ich ja auch vor Ort schon Ahnung zu haben. Ja. Wir durchsuchen alles, weil das ist cool hier. Ja. Gehen wir jetzt erst tiefer oder gehen wir erst zurück? Warte mal, ich will nochmal gucken. Nicht tiefer. Noch nicht tiefer. Ja, aber doch schon alles. Dann gehen wir erstmal hier nach links. Warte mal. Hier, hier. Lass uns mal hier durchkommen. Nein! Äh, wo bist du denn hier? Ja, ich wollte nachher in's andere Richtung mal. Da stand Kuchen, aber gut. Ja, gehen wir da durch. Oh, hier ist ne Tür. Oh, hier ist ein Raum mit dem Bettchen. Mann, wie man sich wegtöten kann hier. Und ein Buch. Der Tier schaufelt. Äh, cool. Hey, ich hab ein Buch, das nennt sich Statistiken. Okay. Das ist verschwunden. Ach, das war ein, ein Buch, ein Item von dem Null vorhanden sind. Das kann man nicht klappen. Ah, ich muss mal hier. Ich muss hier. Nehm, es ist der Gliederfüßle. Das ist nutzlos. Ähm, das ist nach oben. Machen wir das. Ich hab zu viel Mist einstecken. Das machen wir auch nach oben. Braue ich nicht. Braue ich nicht. Braue ich nicht. Braue ich nicht. Werdst du braue ich. Ja, trotzdem muss ich nicht jeden Mist mitschleppen. Eigentlich hast du recht, ja. Ja, dafür ist du doch da. Hier hinten ist nichts. Kommt. Warte doch mal. Aber da ist. Oh, hier ist ein Klumtopf. Das machen wir weg. Ähm. Immer schön ein Klämpchen. Dankeschön. Halt das Brot, das wollte ich ganz gern mit. Dungeon. Wenn's irgendwie geht. Oh, hier ist ein heller Raum mit Kuchen. Und Spawner. Was? Ich glaub, es lag gerade. Ja. Ich hab den Spawner gerade umsonst abgedaut, schätze ich. Also, ich hab zwar keinen Plan, wo ihr seid, aber ich konnte eine Fackel legen hier überall. Also, es ist so, dass die Signale von den Spielern noch beim Server ankommen, aber der Server spinnt. Wieso lassen die Bücher hier? Ah! Zombie! Aufhören! Hilfe! Obwohl ich den Spawner abgebaut hab. Okay. Bei mir passiert nix. Gar nichts. Ähm. Warte mal. Jetzt hat sich ein Yama kurz bewegt. Warte mal. Ey, der Yama ist schon lange hier drin. Ja, Yama bewegt sich bei mir durchgängig. Äh. Nein. Bei mir nicht. Bei mir steht alles. Okay. Nehm mal das Essen mit. Das kann nicht schaden, ne? Ich hab... Au! Jetzt! Ha! Jetzt ist was passiert. Jetzt geh ich hier wieder rein. So. Ich brauch dringend festes Holz. Mein Tor hat schon wieder alles aufgelöst. Ähm. Das machen wir weg. Hinter dir. Das müssen wir auch nicht unbedingt mitnehmen. Die Bücher nehme ich mit. Oh, dankeschön. Das müssen wir auch nicht unbedingt haben. Da. Hier. Ich hab doch meine große Axt dabei. Ach so. So. Dann. Dankeschön. Warte mal hier mal auf. Jetzt ist sie kaputt. Das packe ich da oben in das. Äh. Da. Ja, das Haus. Könnt ich hier auch da oben hinpacken? Die bei der hier oben irgendwas versteckt ist? Ne. Nein. Die sehen wahrscheinlich einfach nur cool aus. So. Jetzt gehen wir tiefer, Mythos. Ähm. Wo seid ihr denn? Haben wir alles? Wir sind jetzt wieder bei den Treppen. Also gleich. Ja. Ich hab aber hier hinten noch gar nicht durchgucken können. Weil ich sehe... Da ist doch gar nichts mehr. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Wahrhaftig. Komm. Ja, komm. Ja, 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 ja. Ich bin auf dem Weg nach vorne. Ich bin unten. Aua. Ähm. Warte mal. Da war das irgendwo runter, ne? Oh, da hinten ist Wasser. Da mit dir hin. Was ist? Da hinten ist Wasser. Hilfe. Okay. Sollte theoretisch wahrscheinlich nichts sein. Wollen wir da durch? Wo gehen wir denn durch? Gehen wir hier durch? Hier, hier, ja. Und, äh, das Schwert mal nehmen vor sich selber. Ah! Ich bin hier oben auf der Decke. So. Mach hier mal Licht. Ja. Und wo ist denn, wo ist denn dein, dein Creeper-Verscheucher? Äh, sollte eigentlich in meinem Inventar sein. Da hast du eigentlich Hunger. Sollte eigentlich nicht so sein. Huh. Moment. Ich glaub ich verzieh mich mal. Ne, muss da wirklich in meiner Leiste sein hier, damit das funktioniert? Ich glaub... Aua! Ja. Spinnen! Spinnen der Hölle! Spinnen 500! Aaaah! Ich bin weg hier! Spinnen 500? Ich weiß doch nicht. Viel. Ich wollte sagen viel, aber 500 ist das einzige, was mir eingefallen ist. Aua! Danke, Methos! Äh, ja, ne, hört mal auf mich hier dazwischen zu hauen. Also wir sollten uns entscheiden, wer hier die Mob zaut, ne? Au! Methos! Ich hab jetzt gar nicht gehauen. Methos haut alle. Ich hab jetzt gar nicht gehauen, das weiß ich jetzt echt nicht. Hauen wir den Spawner ab, ne? So. Ja. Also, man muss anscheinend die Tierchen im Inventar haben, um die Fähigkeiten von denen in denen schnell... Ja, das wurde unten in der aktiven Leiste. Das haben doch meine Zuschauer geschrieben. Hast du das nicht gelesen? Nein, hab ich nicht. Und ich hatte das auch schon mal erwähnt. Also, wenn ich dir zuhören würde... Also, ich glaub, ich hab mit Abstand die beste Rüstung von euch. Ja, das kann durchaus sein. Meine Fakten sind zu Ende. Okay, hier geht's nicht weiter. Ja. So, paar kann ich machen. Hey! Ich hab ein Schild gedroppt bekommen. Halt! Das war auch ziemlich im Eimer, aber... Das nehmen wir mit. Hallo! Ja! Ja, hier ist auch ein Schild. Und das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Moment. Dein ist bestimmt... Nein! Methos Fisch. Ich brauch gebratenen Fisch. Ich brauch gebratenen Fisch. Ich brauch gebratenen Fisch. Ich brauch gebratenen Fisch. Für mein Tier. Trank der Schwäche. Das ist... Das Zeug... Ich hab auch einiges... Also, paar gebratene Fische. Ja. Ja. Dort. So. Okay, weiter. Kommt ihr? Guck mal, hier drüben. Hier... Hier drüben hier ist... Hier ist... Ja, 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 ja. Da ist was. Hier ist ein... Hier ist ein neuer Gang mit Hexe. Ja. Ähm. Sollen wir nicht vielleicht erstmal den anderen durchforsten? Und hier gehen noch mehr Gänge ab. Und dort hinten sind noch mehr Räume. Da ist so eine Art Disco. Okay. Äh. Dafür, ich war eigentlich an der Hexe schon dran. Und? Oh! Metos, hier gibt's Redstone-Blöcke. Äh. Irgendwie geht's gerade hin. Dann kick ich sie zurück. Okay. Er ist lag wieder. Metos, es gibt Redstone-Blöcke. So. Äh. Wo ist die Hexe? Trank der Direktheilung. Die Hexe ist tot. Ding Dong. Die Hexe ist tot. Oh. Pilzsuppe. Nehmt euch mal Pilzsuppe hier. Das nehmen wir auch mit. So. Ähm. Metos, es gibt Redstone-Blöcke. Wo? Hier unter mir. Und Karotten. Ähm. Da noch irgendwas drin? Oh, der ist lag. Aber Metos, eigentlich könnte man sich doch hier drinnen auch eine Art Wohnung einrichten. Ne? Das sieht doch hier eigentlich recht schön aus. Ja. Theoretisch richtig, ja. Und praktisch? Praktisch nicht gut. Warum? Weil wir unser Zuhause selber bauen wollen. Ach, da geht's noch unter. Seit wann? Warum? Melonen. Haben wir schon Melonen? Nein. Keine Ahnung. Nimm einfach mit. Ja, ich nehm auch mit. Fick den Dardinnen. Ah, da oben ist wieder so einer. Mal wieder ein bisschen. Oha. Nicht hauen. Hauen ist böse. Nach oben packen. So. Äh, nee. Wie das Ding von mir keinen Schaden bekommt. Geht euch, jetzt komm. Warte mal, ich muss noch mal ein bisschen umsortieren, dass ich hier Platz in meinem Inventar habe. Du hast doch noch das Tierchen. Ja, da packe ich ja gerade alles rein. Wo seid ihr denn? Na, ihr wieder zurück. Warte mal, ich hab doch noch gar nicht, glaube ich, in alle Drohungen... Geht gar nicht auf. Ach, es leckt wieder. Es leckt wieder. Es leckt wieder. Nein, wir haben schon offen. Es gibt zwei. Komm jetzt in die Tüße. Kann ich nicht, weil es leckt. Es steht hier alles. Metos. Test. Beim Server ist es noch nicht angekommen. Äh, ja. Und ich bin gerade vom Server runtergeflogen. Ja. Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote Host geschlossen. Internal Exception Java.io... Das ist schlecht. Und ich bin gerade hier am sterben. Keine Ahnung wieso. Ich versuche nochmal drauf zu kommen. Ich hoffe, das geht. Jama? Hallo. Ich komme auch gerade drauf. Ich bin noch da. Das liegt einfach und dann hat es sich einzig und allein am Server-Methos. Hier, da muss ich nochmal mit meinem Developer sprechen. Vielleicht kann ich da auch irgendwas machen. Da kann ich da nicht machen. Was will er denn da machen? Äh, vielleicht noch mehr RAM zuweisen? Keine Ahnung. Das liegt nicht am Ramm. Das liegt einfach an Prozessor und vor allem, da hat das dann eine schlechtere Leitung hat als ich mit dem Hochladen. Der hat weniger als ein Mbit. Okay, ich bin wieder auf dem Server. So, ich auch. Komm, wir gehen jetzt hier nach Disco. Äh, da hat die schon reingeschaut. Disco? Wo ist denn deine Disco? Wo ist denn meine Spitzhacke hier? Da. Fahr mal die Spawner ab, die ich hier finde, ne? Äh, ja. Äh, ja. Da ist wieder zugeportet. Ja, ich auch. Ja, wir haben da so gewisse Problemchen. Da ist noch ein normaler. Aber ich hoffe, die sind nicht von Dauer. Au. Ja, aber, der war ein normaler Dungeon oder ist ein normaler Dungeon im Dungeon. Das ist auch cool. So, und ich hab doch eigentlich auch ein Sch... Ne, ich, ich falte mal nicht an, sonst ist hier, äh, ist mir das zu dunkel. Au. Au. Ich kann nix angreifen. Doch, jetzt ging's teilweise. Okay, ich guck mal. Metas, ich hab ein Ding, was bestimmt selten ist. Hallo, Hilfe. Hilfe. Äh, okay. Ja. Ich habe einen Magic Capacitor. Okay. Das macht eigentlich alles besser. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh. Nein, Haldo. Ich hab ein Guest Sprout und Zombie Sprout. Pff. Ignoriert mich doch. Sprout. Ja, sag ich doch. Ähm, was? Das sind Viecher, die mich angreifen. Ja, die haben die ganze Zeit mich angewiesen. Ist hier grad ein Zombie mit nem Schild? Ja. Ja. Kann's geben. Bin gleich tot. Äh, ich... Darf mal nicht. Ja, ich versuch dir grad zu helfen. Ja, ich versuch dir grad zu helfen. Ja, ich bin tot. Wotdafee. Ja, schön, wie ich mich ignoriert hab. Ja, nein, ich war doch bei dir. Zumindest hab ich versucht, dir zu helfen. Ja, dann portest du jetzt bitte zu der Stelle wieder hin. Okay. Ähm, muss man mal schauen, ob ich das wieder find. Duffy, wenn du woanders bist in der Map, dann legt's nur noch mehr. Ja, ich muss doch schauen, welcher Punkt jetzt wo ist. Wird das nicht weiter zurücklaufen? Ja, äh, kann nicht anders, weil der Zombie haut mich doch zurück. Der Zombie hat mich zurückgehauen, du Horst. Echt? Ja, ich bin teleportiert und ich seh nix mehr. Map hat sich noch nicht aufgebaut bei mir. Kann einer den Spanner da weg machen? Der ist hinter dem Wasser. Da kann ich nicht hin. Äh, ich kann da auch grad nicht hin. Ich hab doch jemand in den Zombies zu kämpfen. Ich seh nix mehr. Ja, das ist am Anfang so. Na, da war ein Stein. So, wo ist denn der Spanner hier? Den hatte ich doch schon abgebaut hier. Nein, hier ist noch irgendwo ein Zombie-Spanner. Ach ne, ich fall durch die Luft. So. Da ist noch so ein Zombie. Äh, okay. In der Ecke. Okay. Aua, 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 aua. Okay. Aua, 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 aua. Okay. Ich bin gerade durchs Nichts gefallen. Da ist noch ein Zombie. Wo kommt die denn alle her? Ich hab doch den Spanner abgebaut. Hm. Wird gern irgendwo wieder auf irgendeine Decke oder so hoch. Vorsicht. Ich komme und bring Gefolge mit. Ich geh mal kurz hier hin. Ich muss auch mal wieder was essen. So ne Ecke zum Heilen könnte ich jetzt gut gebrauchen. Ich hab keinen Plan, wo mein ganzes Zeug hin ist noch. Ich hab einiges. Okay. So. Also ihr seht, liebe Zuschauer, wir haben ja einige Schwierigkeiten. Ähm. Einige Schwierigkeiten? Nein. Das klingt glaub ich nicht so optimistisch. Ähm. Wir kämpfen uns auf jeden Fall hier durch. Was? Nein. Ach komm schon. Meine Pads sind alles weg. Ich hab das. Ich hab das. Manches. Ich hab das. Manches. Echt mal. So. 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 Ja. Das ist meins. Oh. Okay. Ich heb's dir auf. Ja. Ich bin neben dir. Hinter dir. Irgendwo. Und ich bin selber geflogen. Jo. So. Jo. Jo. Äh. So viel dazu. Leute. Ich würde sagen. Wir haben sowieso unsere 15 Minuten voll. Ähm. Ich würde sagen. Wir machen weiter in der nächsten Folge. Ich sag bis dahin. Und. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Mustangs. Ja. Oh. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018